Stira Gudapada Shirasana ist die Füße hinter den Kopfstellungen zur Festigung der Gedärme. Raffaella zeigt, wie es geht. In der Sitzhaltung gibt die Beine hinter ihre Schulter und gibt die Füße hinter den Kopf. Gibt die Hände vom Brustkorb zusammen, halte also dieses Gleichgewicht und atme tief ein und aus. Das ist Stira Gudapada Shirasana.